Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Spyder2MW, wir spielen Pokémon Stadium und es geht endlich los mit dem Premium Cup, das heißt kämpfen auf Level 100. Wie ihr sicherlich wisst, bin ich ein Oldschooler und bin groß geworden mit der ersten Generation und ich kann mich noch daran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre, derjenige, der früher die meisten Pokémon auf Level 100 hatte, der war einfach der coolste, auf dem Schulhof oder im Freundeskreis, wo auch immer. Aber alles, was früher nicht auf Level 100 gewesen ist, war einfach kein vollwertiges Pokémon. Heutzutage ist das Leveln gar nicht mehr so entscheidend, es sei denn, man kann seinem Pokémon auf einem höheren Level noch eine bestimmte Attacke beibringen. Man weiß, die Stats ja sowieso, die es auf Level 100 haben wird, aber früher war das was ganz anderes. Ich kann mich, wie gesagt, noch an die Gespräche von früher erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre, so ungefähr, hey, ich habe jetzt einen Nidoking auf Level 80, das ist voll stark, ach, hör doch auf, dann komme ich mit meinem Turntalk auf Level 100 und mach dich platt, das ist viel stärker. Also so sind früher die Gespräche gelaufen und deswegen ist dieses Level auf Level 100 einfach für mich immer was ganz Besonderes gewesen und deshalb freue ich mich auch umso mehr darauf, jetzt mit meinem Pokémon auf Level 100 kämpfen zu können. Also der Premium Cup, anfangen muss ich natürlich mit der Klasse Pokéball. Kurz zu den Regeln, es gibt eigentlich gar nicht viel zu sagen, wie immer, 6 Pokémon anmelden, 3 Pokémon auswählen und die üblichen Sonderregeln. Aber ansonsten all in, ich kann alle Pokémon benutzen, es gibt keine Levelbeschränkungen, wunderbar. Ich habe mir einige Pokémon vorbereitet, wie ich schon angekommnigt habe und habe jetzt mal 2 Teams registriert, mit denen ich antreten werde. Ich werde euch erstmal erklären, kurz, wie die Teams aufgeteilt sind und dann werde ich die beiden Teams noch vorstellen. Also das obere Team ist mein A-Team, Pikachu ist in beiden Teams registriert. Ja, ich bin auch so ein bisschen auf Pikachu kleben geblieben, das ist einfach für mich das Pokémon und deswegen gehört es auch zu meinem stärksten Team dazu. Aber es ist auch dabei, weil ich es eben an bestimmten Punkten innerhalb des Turniers einsetzen muss, damit es am Ende Surfer werden kann. Und ansonsten habe ich dann meine 11 Pokémon, die ich noch habe, aufgeteilt auf die anderen Teams, beziehungsweise die 10 anderen, weil Pikachu ist ja in beiden Teams. Im A-Team habe ich dann Gengar, Geobatz, Stami, Tauros und Glurak und im B-Team Turtok, Dodri, Nidoking, Visaflor und Blitzer. Und dabei habe ich so ein bisschen Gegenpuls gebildet, also Geobatz und Nidoking kann man so unter eine Haube stecken. Stami und Turtok gehören zusammen, Tauros so ein bisschen mit Dodri, weil beide halt normal attacken können und das, was Dodri an Flugattacken kann, deckt eben Glurak ab im A-Team. Da bleibt noch Visaflor übrig, den kann man jetzt zwar nicht mit Gengar gleichsetzen, aber das Gengar sicherlich stärker ist, liegt auf der Hand. Und Blitzer hat dann eben den Weg ins B-Team gefunden, weil im A-Team Pikachu ist und Blitzer ja auch seinen Platz verdient hat. So, soweit zu den beiden Teams. Ich werde, denke ich, mal in der Klasse Pokéball und Superball mit meinem B-Team antreten und in der Klasse Hyperball und Meisterball mit meinem A-Team. Jetzt stelle ich euch die Pokémon noch kurz vor. Wir haben einmal Pikachu, im Moment noch mit Donnerbliss, Donnerwelle, Donner und Bodyslam, wird aber dann noch Surfer erlernen. Ich denke mal, anstelle von Donner, weil wir hier keinen Zugriff auf Regentanz haben und Donner eben deshalb nicht genau genug trifft. Bodyslam wird es behalten, um noch was zu haben, falls Elektro mal nicht wirbt. Dann Gengar, ganz besonders zu erwähnen, weil es ein sehr schneller Sleeper ist. Und wie ihr vielleicht wisst, schlafen in Stadium 1 bzw. in der ersten Generation noch was Besonderes, weil man eben nicht in der gleichen Runde wieder angreift, wo man aufwacht. Und deshalb kann man dann mit einem schnellen Pokémon in der nächsten Runde wieder einschläfern, auch wenn die Gnose eben nicht so eine hohe Treffergenauigkeit hat. Ansonsten Psychokinese Donnerbliss Megasauger, sehr breit aufgestellt vom Moveset und bei den Werten einfach wunderbar als schneller Sweepers benutzen. Dann Geowatz, wie in den vorherigen Videos auch schon gesagt, so die üblichen Attacken, mehr oder weniger Erdbeben-Steinhagel, hier etwas anders aufgebaut mit Explosion und Feuersturm für den Überraschungsmoment, kann in der einen oder anderen Situation sicherlich nützlich sein. Dann Stami, in dem Fall nicht mit der Ballbeam-Kombination, weil eben Pikachu und Gengar schon Zugriff haben auf Donnerblitz, deshalb Surfer, Psychokineser als Step-Attacken, Genesung sicherlich brauchbar auf Stami und den Eisstrahl, um den eben auch noch mit drin zu haben. Dann Tauros, für die Leute, die Gen 1 competitive gespielt haben oder spielen, braucht man nichts dazu zu sagen. Das Standard-Roof-Set auf Tauros und ein super Pokémon, weil es eben nur eine Schwäche hat, absolut schnell und stark und wirklich eine absolute Waffe in Gen 1. Und dann noch Glurak, wahrscheinlich so über den Daumen, ist insgesamt beliebteste Pokémon in der ersten Generation, kann man auch sehr variabel spielen, ist eigentlich auf keinem Stat wirklich schwach. Mit Fliegen noch Zugriff auf eine Step-Flug-Attacke in dem Fall, Schlitzer mit einer hohen Volltrefferquote und dann eben Flammenwurf und der Klassiker Erdbeben, der auch hier dreimal in diesem Team vertreten ist. Dann noch Team B, Pikachu brauche ich ja nichts mehr dazu zu sagen. Dann Turtok, für mich persönlich eins der absoluten Lieblings-Pokémon, denn Gen 1 war als ein super geiles Moveset, hat vier völlig unterschiedliche Attacken mit unterschiedlichen Attack-Betriken, die alle gut Damage machen. Und Turtok ist eben defensiv sehr stark, kann trotzdem gut austeilen, deswegen hat es auch Panzerwoll als Spitznamen bekommen. Ab Level 50 überhaupt kein Problem, die Top 4 damit alleine zu machen und ich mag es absolut wegen dem Moveset früher als Kind schon gerne gespielt und mir würde sicherlich sehr nützlich sein. Dann Dodri, mit Sicherheit ein sehr unterschätztes Pokémon, weil es eben extrem schnell ist und auch sehr hohen Angriff hat. Es ist deutlich stärker als Taubos und auch als Ibitat und es hat eben auch zugebracht Borschnabel, deshalb wirklich als Sweeper sehr gut zu gebrauchen und der Borschnabel ist in einigen Situationen sehr nützlich, wenn normale Attacken nicht mehr funktionieren. Nidoking, ähnlich aufgebaut wie meine ganzen sonstigen Boden-Pokémon mit Hornbora noch als K.O.-Attacke, die hier einigermaßen gut funktionieren sollte, weil es relativ schnell ist und Hornbora eben nur trifft, wenn man von der Initial dem Gegner überlegen ist. Man kann Nidoking sicherlich auch speziell spielen, aber da man so viele spezielle Pokémon hat und so wenige Pokémon, die Zugriff auf physisch starke Attacken haben, habe ich mich dazu entschieden, Nidoking physisch zu spielen und eben so ein bisschen einen Gegenpool aufzubauen zu Geowatz, weil es über die Geschwindigkeit kommt und daher mal ein bisschen anders angeht, wie zum Beispiel eben Geowatz oder Rizos, die ja doch sehr langsam sind. Bisaflor, taktisches Pokémon, so sehr interessant, weil Toxin und Egelsamen sich in der ersten Generation gegenseitig ergänzen, das heißt also, wenn der Schaden von Toxin steigt, steigt auch der Schaden von Egelsamen, wenn die beide zusammen draußen sind. Von daher aus taktischer Sicht sicherlich sehr gut einsetzbar, mit Grasierblatt noch eine hohe Volltrefferquote und eben der Bodyslam als ganz normale Attacke. Und dann nochmal ein Blitzer, der sicherlich oder das sicherlich von der Stärke her nichts im B-Team verloren hat. Wenn man sich überlegt, Reflektor ist drauf, dann ist es auch auf der defensiven Seite wunderbar einsetzbar. Donnerwelle geht immer, Statusveränderungen in Gen 1 sind sehr, sehr wichtig. Klar, Donnerblitz macht ordentlich Damage bei dem Spezial und Nadelrakete als überhaupt einzig einigermaßen brauchbare Käferattacke in Gen 1 bei einem einigermaßen brauchbaren Pokémon. Weil Bibor kann man sich sonst wohin stecken und ansonsten hat man mit Käferattacken eben keine Möglichkeit. Deswegen sind einige Typen in Gen 1 auch so underrated. Aber hier auf Blitzer die Nadelrakete auch so eine Art Geheimwaffe. Wie gesagt, ich werde anfangen mit Team B. Wie immer das übliche Vierklassen, acht Kämpfe gegen acht unterschiedliche Trainer. Am Anfang soll es noch sehr einfach sein, da sollte dann die Zeit sein, dass das ein oder andere Pokémon von mir auch mal zum Zug kommt. Ich mache das nämlich sehr gerne auch mit Pokémon zu kämpfen, die mir eben persönlich am Herzen liegen. Vielleicht bin ich da so ein kleiner Ash. Natürlich ist Stärke wichtig, aber gerade in den ersten Kämpfen ist mit Sicherheit die Möglichkeit auch mal das ein oder andere auszuprobieren. So, das war dann eine sehr lange und ausführliche Erklärung, aber Pokémon auf Level 100 muss man auch entsprechend gerecht werden. Jetzt geht's los mit den Kämpfen. Wie immer am Ende ein kurzes Fazit und im letzten Video, also im Meisterball Cup, melde ich mich dann nochmal mit einem Gesamtfazit. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit den Kämpfen auf Level 100 wie ich. Ab geht's! Endlich ist es soweit! Das Pokémon-Turnier im Premium-Cup-Kategorie-Pokéball beginnt! Wer mag bei diesem offenausgetragenen Match wohl gewinnen? Ein kraftvoller Angriff! Dump-Tacker! Wie kann man nur Plapster einsetzen? Ein wahres Spannungsfeuerwerk! Body Slam! Ein guter Treffer! Und das war's! Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Ringfrei für Paras! Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementsklassen! Erfrischen-Eistrahl! Erfrischen-Eistrahl! Stand ist drei gegen ein Pokémon! Der Kampf ist nun sehr einseitig! Den Treffer zum Truen! Ein bösser Treffer! Und die Dampf-Rammel schlägt zu uns! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Was für ein Kampf erwartet uns wohl! Die zweite Runde beginnt! Erdbeben! Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt! In der vier Runde auf die Bretter! Welch furioser Blitzstart! Ding frei für Reckern! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon! Noch ist nichts entschieden! Wie kommt denn das? Nein, das sieht gar nicht gut aus! Unglaublich! Mit einem Schlagbesieg! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger! Ring frei für das zweite Midoran! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon! Der Kampf ist nun sehr einseitig! Ein harter Treffer! Perfekter Treffer! Und die Dampf-Rammel schlägt zu! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Das war's! W becoming so wichtig! Das war's! Der Kampf ist ja! Das war's! Drei! Drei! Das war's! Drei! Wir wollen! Wir wollen! Drei! 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 Die Aufstellung für die dritte Runde sieht vielversprechend aus. Los geht's! Ein kraftvoller Angriff! Mit Niswaffe! In der ersten Runde auf dem Fläcker! Welch furioser Blitzstart! Ring frei für Radfragen! Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? So sieht es aus! Das war eine Schwarzstelle! K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ring frei für Machiolo! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon! Der Kampf ist nun sehr einseitig! Anstrengung von Attacken! Der Kampf ist vorbei! Der Kampf ist vorbei! Der Kampf ist vorbei! Die Spannung im Publikum weg! Die vierte Runde beginnt! Der Kampf ist vorbei! 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 Die Schwarzstelle! Ja, ein Treffer! Und das war's! Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Links reicht nur das männliche Nidoran! Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Direkt vom Olympus! Donner! Das waren die Sparzelle! Unglaublich! Mit einem Schlagbesick! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger! Link frei für Boldini! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon! Der Kampf ist nun sehr einseitig! Wie kommt denn das? Das war's! Eine sehr effektive Akkarte! Und die Damm-Drabbelfleck zu! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Das war's! Asjercat____ Ja genau! Was등 Die zweite Hälfte des Turniers beginnt. Die Sache wird langsam spannend. Auf in die fünfte Runde! Burschnabel, ein wirklich kurioser Blitzstart! In der ersten Runde auf die Bretter! Welch kurioser Blitzstart! Link frei für Enzo! Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Wow! Ein böcher Ziffer! Was passiert jetzt? Ein guter Treffer! Der Kampf wird immer monotoner! Body Class! Ja! Ein Treffer! Es ist am Boden! Die Pokémon aus der Reservebank werden immer weniger! In drei für Evoli! Der aktuelle Stand ist drei gegen ein Pokémon! Der Kampf ist nun sehr einseitig! Das war ein Übersprach! Das hat gesetzt! Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Ein Der Kampf ist wieder großartig! Das Feld lichtet sich langsam. Wir sind in der sechsten Runde. Ein wirklich furioser Blitzstart. In der ersten Runde auf die Bretter. Das könnte ein einseitiger Kampf werden. In 3 für Dodo. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Wie kommt denn das? Oha, da hat jemand ein zweifel Pokémon gewählt. Chaos! Das hat nicht gerade lang gedauert. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Tauchsegel. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ein harter Treffer! Genau auf die Schwachstelle! Rumpf! Die Dammkrabbelfleck! Die Dammkrabbelweb! Die Dammkrabbelweb! Die Dammkrabbelweb! Die Dammkrabbelweb! Die Dammkrabbelweb! Die Dammkrabbelweb! Das ist das Halbfinale. Die Spannung ist unerträchtig. Niemand möchte jetzt noch verlieren. Die erste Attacke. Das war eine Spannstelle. Oh, Toxin. Oh oh, das hat nicht funktioniert. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Bodyslam. Ja, ein Treffer. Und das war's. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Dich rein für Sangela. Wird der Pokémon-Typ den Kampf vereinflusst? Verfrischend Eisstrahl. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Eine Wolke starre Sporen. Der Angriff zeigt keine Wirkung. Der brandheiße Kamm reißt die Zuschauer hin. Wie kommt denn das? Feinhard. Oh, ist das das Essen. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Erdbeben. Perfekter Treffer. Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Erdbeben. Erdbeben. Der Kampf ist vorbei. Erdbeben. Es ist soweit das Finale. In Kürte dürfen wir einen glorreiche neuen Fläppchen feiern. Von Überroller überrollt! Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt! In der ersten Runde, Obstiefrescher! Welch furioser Blitzstart! Ringfreie für Flamara! Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Erdbeben! Na, das sieht gar nicht gut aus! Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger! Ringfreie für Schmuck! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon! Der Kampf ist nun sehr einseitig! Autsch! Hornbohrer! Oh, die Attacke ging daneben! Das ist Superschall! Oho, das hat nicht funktioniert! Ein sehr rasanter Kampf! Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Es ist verwirrt! Ein wahres Spannungsteuerwerk! Feuerwerk! Hotler, es bleibt sich selbst an! Ein schrecklicher Kreidespreis! Der Angriff zeigt keine Wirkung! Der brandweiße Kampf reißt die Zuschauer mit! Ah! Ziel verfehlt! Was geht ab? Seine Verteidigung ist gefallen! Der Arena-Fight geht weiter! Das war gut! K.O! Das hat nicht gerade lang gedauert! Wir haben einen neuen Trämpchen! Gratulation! Wir haben einen neuen Trämpchen! Wir haben einen neuen Trämpchen! Der Premium Cup Klasse Pokéball, um es mal in den Worten des Moderators zu sagen, ein furioser Blitzstart. Ich denke mal, zu den Kämpfen braucht man nicht viel sagen, deshalb will ich die Gelegenheit mal nutzen, um noch die ein oder andere Sache zu erwähnen, die mir so im Kopf rumspült. Das Ganze ist ja ein Running Project und im Gegensatz zu einigen anderen Videos, die ich so mache, überlege ich mir hier nicht im Vorfeld, wie baust du das Ganze auf und was erzählst du jetzt, sondern ich mache das alles mehr oder weniger so, wie es halt gerade passiert. Und deswegen sind mir auch schon einige Sachen aufgefallen, weil ich ja so an meinem optimalen Sechser-Team auf Level 100 arbeite. Also warum Nidoking Überroller bekommen hat, erschließt sich mir im Moment so gar nicht, wenn man sich mal überlegt, dass Erdbeben dank Step eine Stärke von 150 hat und Überroller, selbst wenn es Krittet eine Stärke von 160 hat und man sich selber Schaden macht, wenn es eben kein One-Hit ist, weiß ich nicht, warum der Überroller auf Nidoking geht. Zudem sind noch Geowatz und Nurak im anderen Team, die beide eine Feuerattacke haben, deswegen wird dann Nidoking Feuersturm bekommen, statt Überroller, das mache ich aber erst dann, wenn ich Runde 1 insgesamt fertig gespielt habe. Eine kleine Sache noch zu Runde 1, wie ihr hier vielleicht sehen könnt, sind die ganzen anderen Pokale weg, die ich schon eigentlich gewonnen habe. Aus irgendeinem Grund ist mein Spielstand broken, deswegen musste ich nochmal von neu anfangen. Ich mache jetzt erstmal den Premium-Cup fertig und werde dann versuchen, mir nochmal die anderen Pokale wiederzuholen, ohne dass der Spielstand abstürzt. Was da genau los ist, weiß ich noch nicht, aber da werde ich einfach zum Laufen gewalten. Was mir sonst noch so aufgefallen ist, ich habe den Kampf zum Schluss extra mal mit Hornbohrer beendet, weil dabei musste ich an mein übelstes Pokémon aller Zeiten, glaube ich, denken, in der ersten Generation. Damals ein Mew gehabt mit Weichei, Donnerwelle, Hornbohrer und Geo-Fissur, glaube ich, war es und dann halt auch AP Plus drauf, also 16 K.O.-Attacken zur Verfügung. Da hast du ganze Teams mit zerlegt und ich glaube, deswegen haben die die K.O.-Attacken auch mehr oder weniger verboten, nicht aber rausgeschnitten, als TM weggenommen und so weiter und so fort, weil es einfach zu übermächtig ist, trotz der geringen Trepperquote. Dann kämpfen auf Level 100, wie schon angekündigt, macht unheimlich Spaß, weil man einfach, ja, es ist einfach Level 100 und man hat im Kampf auch die KP-Anzeige und man sieht diese wahnsinns KP-Werte da stehen, also gerade die Pokémon aus diesem Team haben halt auf der einen Seite sehr hohe KP-Werte, also Toto, Visafloor, Nidoking und die Werte sind auch so nah am Maximum, um einfach diese Zahl da schon stehen zu sehen, ist unheimlich schön und eine kleine Besonderheit bringt das Kämpfen auf Level 100 noch mit. Dem einen oder anderen ist das sicherlich schon aufgefallen in den niedrigeren Cups. Die Trainer haben da Pokémon dabei, die aufgrund der Level nicht immer unbedingt in einem Team zusammengesetzt werden können. Also zum Beispiel im Pokémon Cup zwei Pokémon auf Level 55, da weiß man dann schon, okay, die werden schon mal nicht beide ausgewählt, weil es den Regeln entsprechend eben nicht geht. Das ist hier anders, also man kann nicht anhand der Pokémon Level irgendwie erschließen, welche Pokémon im Kampf zum Einsatz kommen können. Es sind immer alle sechs möglich. Ja, ich habe mir dann noch überlegt, zum Schluss, bevor wir zum Superball Cup kommen, dass ich jetzt im Superball Cup erstmal mein A-Team einsetzen werde und im Hyperball Cup dann wieder mein B-Team und dann im Meisterball Cup nochmal das A-Team, einfach um dem B-Team auch mal so ein bisschen eine Chance zu geben, im Hyperball Cup zu beweisen, was es wirklich drauf hat. Weil wie gesagt, ich habe mir jetzt bei dem Level 100er Kampf oder Kämpfen, gerade weil es auch so aktuell Thema ist bei mir und im Freundeskreis als Ziel gesetzt, Erfahrungen zu sammeln für das bestmögliche Sechser-Team auf Level 100. Und da müssen eben alle Pokémon mal zum Tragen kommen und das macht mir auch ganz besonders Spaß, deswegen habe ich auch in den Kämpfen jetzt alle Pokémon mal zum Zug kommen lassen am Anfang, weil das sind Pokémon, mit denen ich die Edition durchgespielt habe. Das sind sicherlich nicht die allerstärksten Pokémon, die es gibt, die man so einsetzen könnte, aber es macht mir einfach unheimlich Spaß, mit den Pokémon anzutreten, wie ich auch so quasi meine ganze Reise, die mich die ganze Reise begleitet haben und die ich so von klein auf großgezogen habe. Das ist immer noch mal was anderes, als wenn es halt später im Haurup-Verfahren passiert ist und ja, wie gesagt, ich bin in manchen Sachen vielleicht so ein kleiner Ash, was Pokémon-Spielen angeht, aber so macht es halt umso mehr Spaß. So, jetzt ist es dann doch ein ausführliches Fazit geworden zum ersten Video, weil ich eine kleine Pause hatte aufgrund des gebrakten Spielstands und erstmal mich neu orientiert habe und da sind mir so viele Gedanken, die mir im Kopf rumspucken, aber die Leute, die genauso nass sind auf Pokémon wie ich und die sich den Scheiß hier reinziehen, die haben sicherlich Verständnis dafür und hören sich das auch gerne an. Ich denke mal, das Fazit zu Superball und Hyperball wird dann etwas kürzer ausfallen und dann wollen mal zusehen, dass wir eben genau mit diesem Superball weitermachen. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß!